Siegen! Und Willkommen zurück! Ich bleib bei Vendor! Ich bleib bei Vendor! Was machen wir? Ich kann Vendor kommen! Ich bleib bei Vendor! Ich bleib bei Vendor! Oh! Okay! Oder wollen wir eine Fire Emblem Runde? Eine Fire Emblem Runde! Fire Emblem Runde? Fire Emblem Runde?! Jetzt hörst du jemanden von Vendor! Aber das sind unsere Main Characters, die wir jetzt nehmen! Oh, okay! Na? Ja gut, glaubst keinen... Schwertkämpfer Runde! Ja! Ich will die Fire Emblem Stage! Oh ne, mach doch! Wo ist die Fire Emblem Runde? Da! Da! Darauf kannst du dich draufdrücken! Ja! 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 Dein Gesicht! was if not?! Ich weiß nicht, du! O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A... Here we go! Oh, ich hätte den Knackstrike geklappt. Alter, was? Hab ich gerettet? Ja, ja. Das rettet alles. Aua. Guck mal, da sind Leute, die immer ein bisschen menschlich sind. Dodged it. Ey, weil ich... Lass mich da immer ein bisschen weg. Oh, okay. Ich wollte eigentlich, äh... Wingman-Koge bringen. Das ist ein wenig zu sagen. Oh, was ist das? Ich bin noch am Ende. Ich bin noch am Ende. F**k, du bist! Moment, mein Tramp ist irgendwie voll. Was ist das? Serious. Ah Gott sei Dank. Oh! Exhaust-up your hype! Nein! Bin S. Ja, ich bin knapp. WTF? Ich bin da reingelaufen. Aber warum ist das so? What the hell? Ich hab das gewusstet! Wenn Eddie dich umschneidet Dann willst du nicht! Warum ist das safe on counter? Mein AB ist safe on counter. Das ist sicher nicht. Hi! Hi Al! Hi boy! Aua! Hilf mir bitte! Hilf mir bitte! Halt! Das war doch noch nicht ganz! Alter! Weggedorkt! Halt! 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 Sieommen! Halt! Halt! Oh mein Gott! Das ist voll! Quattet! Ich hatte 100% vor. Okay, das war Bullshit! Weil ich dich zur Seite geworfen habe, hat der Scheiß von Eddie mich getroffen. Weil du mich einfach festgehalten hast. Nein, weil ich dich zur Seite geworfen habe. Weil ich dich nicht weiter festgehalten, dass du tot bist, weil ich jetzt nicht geworfen habe. Aber weil ich dich zur Seite geworfen habe... Okay, das war geil abgepackt. Nein! Ich bin auch auf 8.80! Ich bin auch auf 8.80! Oh mein Gott, der war Halo! Shit! Er war noch im Halo! Castle Wayne bekommt die zweite Staffel. Ich glaube, sie haben jetzt... Ich bin nicht mal auf 8.80! Waaayne interessiert. Waaayne interessiert's? MICH! Ja! Wenn ich jetzt Cruz, Waaayne... Oh, so. G-Agento! Was machen wir? Random Stage? Oh, Omega. Wir müssen das echt machen, dass wir alle Stages vorstellen können. Es gibt mehrere Events, die man machen muss. Wir müssen ein anderes Mal machen. Reingedockt! Was? Let's play a Mario Kart! Nein, nein, nein! Was? Double kill! Was? Chaos Punch von Eddy! Ich hab nicht... Ich hab nicht verfallen, dass der auf dem Heckel angefangen hat. Was? 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 Der fackte der... Der fackte der Auge, wo es dir irgendwie ist. Oh mein Gott, ich dachte, du hättest mich gefallen. What the fack? Wie hat er das denn noch drittet? Da hat mich ein Hustle... Nein! 1-Up! Nein, nein! Boah! Oh, du hast ihn gerettet, du Schlamm! Ja, ich hab ihn ja auch schon wieder. 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 Das ist genau mein Sturm, bis er mich nicht ablust. Nein, klar, ich hab den Rücken. Ich hab den Rücken. Ich hab den Rücken. Boah! Du wolltest gerade reflektieren, scheiße. Es ist zu lange, du solltest. Ich hab den Rücken nicht geholfen. Ich hab den Rücken nicht geholfen. Ich hab gerade gesagt, dass ich das Rücken nicht geholfen habe. Wtf, du willst du aufsteigen? Tim, Tim, Tim! Du bist sinnvoll. Was ist denn die W-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F! Ich hab den Rücken nicht geholfen können! I-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F! Ich hab den Rücken nicht geholfen. Ich hab den Rücken nicht geholfen, wie ich und das rollen nicht geholfen würde. Was ist denn jetztzufad? Was hast du? Sollte hast du das Alter einmal geworfen? Nicht nur ein Smash passieren. Außer mir Sachen. Ich bin... Ich bin die Fargo. Ich wollte eigentlich eine Dinge reflektierende Vollstände von deiner. Ich hab nicht eine Vollstände gelandet. Wow! Head sucks! Head sucks! Head sucks! Head sucks? Head sucks! Der wird kein Head haben. Soll ich irgendwas der Kanon-Tier sagen? Es ist von der PSX-Experten, als der schlechteste Buch des Gangs gezeigt wird. Und ja, fahr und raus geht's Crash! Na du klar, ich schlagen mal. Komm mal, ja? Okay! Nein! Da ich das nicht gegen die Steak geschlagen hab. Nein! Nein! Das war gar geil! Boi! Was?! 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 Das war geil! Fuck your shit! Legend of Mag, ne? Tier of One! Das ist 2 auf 9. Tier of One, ne? Tier One! Tier One! Ich hab gesagt, warum wir die Steak geschlagen sollen! Nein. Doch alle Staten. Oh Staten ist auf 3. Nein, das müssen wir. Ja, dann probierst du, der ist doch. Oh, der hat jetzt wieder getroffen. Ja. We can't save her. Okay, du musst wirklich etwas einfügen. Yes! Yes! Hör dich jetzt. Wo bist du denn jetzt? Nein, 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 nein. Ey! Voll daneben gezielt! Voll die chepe Schlampe. Mit kleiner Nutze. Ja, 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 ja. Wie viele kleine Nutze. Und wie ein Kürpfen. Das ist traurig. Ich fühle mich wie Fabrice. Okay, wenn wir hier schon dumm rumfahren. FATBOY! Rumfahren, okay? Rumfahren, das nützchen nützchen. Hä? Ich schon nehm hier ein Anime. Was willst du? Overlord. Ja, davon geht es nicht. Da hast du nicht an der Tagesordnung. Burn some shit! Sack, mein Zord! Was? 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 Warte was? NAAA! Ohohohoho! Oh Gott! Das war so... Das war so fagig, wo ich da die Beste bin habe. Na, 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 na. Au! 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 Das war dann. Der Torz hat gegrüßt. Nein! Was? Was bist du für einer? Du hast uns beide in den Tod gerissen! Er hat mich gewusst! Mein Problem war die Tatsache, dass der fucking Hydrant da stand und nicht ungeslugst hat. Er hat mich gewusst! Und er hat uns beide... Es hätte vom Bowser kommen können! Alter, ich zeig dir gleich mal mit Galen meine Lieblings-Suizid-Methode. Ey! Warum machst du das gegen Techman? Was hat Techman... Diese Bewegung müsstest du gleich noch mal! Das ist O-Word-Syker, das ist in der Zeit. Noch mal in einer fucking Wiederholung, Alter! Das war so fucking geil! Das war zum Metello-Darkness-Moroll! Ja, so... Der ist doch sowieso aufgelenkt, der schaut O-Word, gell? Was ist denn da? Ah, das ist die Szene, wo er den fucking infall gibt. Fuck! Aber mit dem Hut auch getroffen! Scheiße, auf deinen Blitz! Okay, dann da so... Oh, der Dorsch! Alter, du wirst doch wissen, wie sehen wir jetzt weiter. Das war so geil! Ich war sehr anüblich in der Bund und dafür jetzt seh ich mich nur runterfliegen und... Er kriegt sich nicht mehr. Er sagt nicht, dass ich dich in den Mund genommen habe. Er hat ihn in den Mund genommen. Was ist los mit dir? Das ist schmal. Feuermärs da. Dieser Scheiß ist gerade so blöd, warum ich runtergeflogen bin. Warum wir runtergeflogen? Warum wir als Pärchen runtergefallen sein? Es sah alles schön aus. Es sah einfach widerlich in deinem Mund. Es war alles so schwach. Zu voll. Ich bedecke halt, dass es Canon ist, dass Variofiel Klobock frisst. Ah, mein Feuer ist zurück. Poipoipoi. Ich bin nicht der Einzige, der fucking Elbhunter und Ross hat. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Wir haben jetzt etwas Feuer und dass- Wettbewerb Lucy mit Enlightenment berasselt mal her. Entschuldigung! Du hast mich drauf vernetzt, Will. Ja, das muss ich selber reingehen. Was? Ich wusste, dass jemand das für Feuer war. Ich werde Feuer halten. Keine Ahnung. Ja! Bombshot Batman, seine geile Slumpe. Fuck, du bist nie dran. Fuck you, ich dran. Alter. Du gehst dir das Mesh von wegen der Tür. Oh, scheiße! Das tut ihm auch gut. Der heilsch! Oh, Fabrice, das bringt erinnerungen zurück an den allerersten Power. Oh Gott! He just stood there and waited until he was in front of me. Ja. Das ist schon mal. Mein Fass machen wir jetzt. Ich dachte jetzt kommt der Königste... GANONDORF Der wäre der vierte König ein Doktor Naaah Machen wir den fucking Hyrule-Runde GANONDORF Sei Ganondorfs Scheiße Machen wir den Hyrule-Fightclub Nein Fuck, sie fehlt Ich hab das nicht gedrückt Ich hab das nicht gedrückt Ups Sieht ziemlich mächtig aus Sieht zwei Gänke Was? Was? Fabrice ist selten Ich dachte Fabrice Oh mein Gott Ja bitte, verpiss dich Ein Stück genauso wie ich Lächerlich Ja, ich finde das ist ein Tierkopf Ja, ich finde das ist ein Tierkopf Das ist ein Tierkopf Das ist ein Tierkopf Oh mein Gott, ich hab die Batchkopf umgekehrt Au! Doppelgänger Doppelgänger Was soll denn? Aber so Gänke Alter, war das Danke, war die gute Richtung Danke, Gannon Bleib bei mir Na, deine Nymphoskarte ist jetzt auf meiner Seite Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Bitch Fuck nicht Nein! Es ist nicht passiert Nein, das kriegt ich Deinen Arsch bekomme ich Das war so zufrieden Nein! Ich war schon tot! Warum musst du mich doch tötern töten? Deinen Arsch gehört in mir Nein, du musst jetzt nicht runterfallen Ich hab dich rausgehauen Deinen Arsch gehört in mir Deinen Arsch gehört in mir Doria Ihr werdet auch gestoriert haben Wenn du alles doch sagt Spaghetti Was ist alles Spaghetti? Was? Nein! Der Benkel! Solltest du vielleicht den Namen von Kassistan? Ja, okay Aua, Achen Benkel Ich hab dir das so Okay, wie hab ich das Gefühl Das wird mit Kassistan Wär ja für alle Gern den Gauper Wie kommt es los? Wie kommt es denn? Wie kommt es denn? Wie kommt es denn? Ich habe einfach so weit Alter, Alter Ich halte Hey, 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 hey Ganz ruhig ganz ruhig Hey! Hey! Hör auf, hier Karaoke zu machen, ja? Aber ich mach die Karaoke nicht mehr. Oh mein Gott! Das war geil! Oh mein Gott! Galen, du sammelst? Ja! Nein, nein, nein! 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 Oh mein Gott! Doppelwinkel! Ja, einen Storch! Äh, was? Ich hab's nicht verholen, den Storch! Ja! Nein! Weil ich sehr oft mit dem Storch bin. Oh, ich bin nicht da, oder? Fucking die! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, das geht! Das war's. Weg! I'm out! Hallo Wunder! Also gehst du da hoch! Der Wickel war's! Zwei! Nein! Alter, okay! So bin ich auch noch nie hochgegangen! Doppelbass! Yes! Ja! Zweimal die Augen machen! Nein, was war's? Nein, die Hinterarmine! Warten! Hinterarmine! Ja, sicher! Oh, scheiße! Selva! Kick die Lengdie Olle! Was ist der Feuerwehr? Was ist der Feuerwehr? Ich hab drauf, ich hab ihn weggeflogen! Das Spiel war ein Ausgleich! Was ist der Feuerwehr? Oh mein Gott! Ich lebe! Wir haben alle das Sack! 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 Jeder hat nur noch einen! Nein! 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 Alter! Ich fliege gerade durch die Luft! Da ist der Feuerwehr! Ger Williams lacht! Ich lasse dich auch runter, ja? Galle, du bist so schnell! Komm runter, ja? Oh, was? So knapp! Alter! Alter! Alter, ich wäre jetzt mit der Alegern-Runde. Teilt! Oh, ich bin schon bei 2.30. Fuck! No! Nein, denne! Was? Ja, so ziemlich. Das kannst du mal eigentlich. Du darfst sehr viel einfügen. Hauptsache es kommt schon. Das sind nicht so übertrieben viele. Und das war dann der Fall.